hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von meinem angegames projekt also dieses scheiß tnt kack ding was ich hier angefangen habe und erst nach paar jahren wieder mal ein video von macht naja auf jeden fall hat sich von letztens bis jetzt etwas getan ich habe jetzt hier schon mal die mauer ein bisschen hoch gezogen um eine kleine abgrenzung zu machen so hoch wie das jetzt hier ist also das ist jetzt so der höchste punkt von dieser map so hoch sollen da ist irgendwas in der einstellung wieder scheiße ja mal ein bisschen runter nervt mich das jetzt schon besser also auf dieser höhe so hoch sollen die mauren werden und die grundfläche soll drei hoch werden hatte ich ja schon in den anfangs videos ganze zeit gesammelt so hier ist jetzt die mitte also bei der mitte die kisten werden die einzigsten sachen seien die nicht aus tnt sind sonst ist alles aus tnt und wenn ich jetzt hier so noch weiter baue und so werde ich auch noch ausrechnen wie viel tnt blöcke ich hierfür gebraucht habe ich glaube letztens bin ich schon bei einer hohen zahl angekommen als ich das schon mal ausgerechnet hatte aber das muss ich jetzt noch mal machen weil ich letztens wurde das eingespeichert hat in mein handy das war vor jahren nein vor ein paar monaten oder ein monat oder zwei monate ich weiß es nicht mehr genau hatte ich mein handy eingespeichert und letztens habe ich mein handy auf werkseinstellung zurückgestellt weil wegen weil wegen eines virus so habe ich alles runtergekackt und dann habe ich noch mal mein antivirenprogramm rüber gelaufen und jetzt sind alle sachen weg ich habe sie zwar gesichert gehabt aber wir sind trotzdem weg naja lange rede kurzer sinn ich werde das jetzt hier wieder aufnehmen wieder weiterführen und jetzt werden auch wieder regelmäßig videos kommen ich hatte jetzt mein letztes video vor halben monat oder vor einem monat oder vor zwei monate oder was weiß ich sehr lange her ja ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter habe ja eh nichts anderes zu tun wenn ich das hochlade ich glaube das lade ich jetzt am mittwoch hoch mal sehen vielleicht ja vielleicht nein ich glaube mal eher ja denn wer ab nächster woche vielleicht sage nur in vielleicht falls ich das jetzt endlich mal hinbekommen weil ich habe heute ein paar probeaufnahmen gemacht und das hat mir nicht so richtig gefallen das hat sich nämlich scheiße angehört und ja ihr werdet euch überraschend fühlen wenn ich das projekt jetzt doch sie durchziehe weil ich wollte bei gta was neues machen da ich mit auto finden und diesen ganzen scheiß was ich mir alles ausgedacht habe diese ganzen müll das war einfach nur müll und da werde ich zwar noch machen ein bisschen besser aber nicht mit dieses auto finden das hört sich irgendwie so kindlich an so so als ob sich das irgendwie ein zehnjähriger ausgedacht hat und ne ich habe ja sowieso schon eine namensänderung gedacht und das werde jetzt auch beibehalten werden also ich werde noch so eine videos machen aber ich werde mit gta auch noch andere videos machen was ich mir letztens ausgedacht habe und wo ich eigentlich auch schon seit einem halben monat dran bastel ich habe mir ein paar sachen ausgedacht wird sowas wie ein roadplay ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen naja egal naja ihr werdet es noch früh genug erfahren eigentlich wollte ich diese woche schon anfangen aber ich hatte einfach keinen bock ein video zu machen ja ich hatte irgendwie überhaupt keinen bock den letzten paar wochen videos zu machen oder so und deswegen kam auch so wenig nämlich gar nichts aber jetzt bin ich wieder voll motiviert ich habe voll bock und ich kann auch wieder richtig viel sabbeln und das schon seit ein paar tagen eigentlich wollte ich am wochenende schon aufnehmen heute ist keine ahnung welcher tag dienstag oder müsste dienstag sein an dem ich dieses video aufnehmen und es ist gleich eins ok es ist 20 nach 12 mitten in der nacht hat einfach mal langeweile nichts besseres zu tun und außerdem wollte ich sowieso mal wieder videos machen warum nicht jetzt also war es das eigentlich mit meinem geplappere ich baue das jetzt hier noch zu ende und dann sieht man sich noch eine endcard und ja naja ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter und falls mir noch was einfällt labere ich gleich noch mehr scheiße weiß nicht dann nicht und ich bin so doof ich habe hier so ein scheiß trank ja ja mir ist noch was eingefallen ich habe hier schon mehr was gesagt dass selbst ihr in so eine projekte was ich hier mit minecraft und all so scheiß macht und auch bei gta und so da könnt ihr immer mit mir mit spielen da habe ich nichts dagegen ihr wisst ja auf xbox 360 spiele ich im moment wird sich vielleicht ende dieses jahres ändern vielleicht spiele ich dann auf pc oder xbox one weil das sind so meine beiden sachen also xbox und pc ist das beste playstation 3 geht aber ich finde den controller scheiße playstation 4 naja controller gute idee falsch umgesetzt weil für mich persönlich ist so kleine controller ja jetzt habe ich ja noch die 360 da spiele ich jetzt auch noch mein halbes leben noch bis ich mir endlich meine one oder ein pc leisten kann das mit dem pc kann etwas länger dauern mit der one auch ich warte eigentlich bis es die slim gibt also die one slim da würde ich mich darüber freuen weil jetzt auch die normale ist ja ein bisschen groß ist nicht so komfortabel ich habe ja bei der 360 habe ich die xbox 360 s da gibt es ja die normale 360 und die s und die slim die slim ja mochte ich nicht leiden weil naja die schön klein aber sieht nur scheiße aus und die normale xbox hat dies auch nicht gerade das beste wegen der festplatte die ist ja oben drauf und die gibt es ja nur mit so die 250er reicht vollkommen ich habe noch ein bisschen speicher frei ja reicht mir eigentlich wollte ich eine mit 500 haben man kann ja auch noch eine nachkaufen aber ne da habe ich jetzt keinen bock drauf und auch kein geld dafür ich habe mir letztens etwas neues gekauft was fällt mir jetzt noch ein ja eigentlich eher weniger ach so ja das minecraft let's play dass ich auch mal irgendwann angefangen hatte was auch nie weitergegangen ist warum nur ich hatte folgen vor produziert ich hatte alles schön angeordnet alles perfekt fertig gehabt tja und dann sind sie nicht mehr da gewesen sie sind einfach weg die sind einfach verkackt noch mal weg das waren zwei folgen die ich noch hatte und die sind beide weg da habe ich nämlich schon angefangen gehabt mit unser haus ja also die ganzen scheiß blätter von den bäumen abgeschlagen und bla 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 und könnt ihr auch mal wieder aufnehmen naja diese woche wird vielleicht noch ein let's play von mycroft kommen aber ich will nicht zu viel versprechen vielleicht brauche ich jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann kommt vielleicht morgen noch so ein video aber ich glaube eher weniger vielleicht kommt morgen ein let's play was ich glaube ich widerspreche mich schon die ganze zeit im video merkt ihr das also jetzt mache ich das hier ich labe euch schon voll schon what the fuck zehn minuten wenn ich das ein bisschen beschneide sind es trotzdem noch zehn minuten toll naja ich werde euch nicht länger aufhalten irgendeinen anderen scheiß zu gucken war nicht von mir doch von mir je nachdem wie es mögt naja soweit so gut ich bin jetzt schon soweit ich habe euch ein bisschen blabert was so los ist was so los war was dann noch zukommt ich habe jetzt endlich festes internet wlan und scheiß ich habe eine 100k leitung bekommen deswegen könnte ich eigentlich täglich auch videos hochladen warum ich es nicht mache weiß ich auch nicht doch ich weiß es ich mir hat einfach die motivation gefehlt um es einfach mal zusammen zu fassen dann up to end card da würde ich auch ein paar sachen sappeln und dann rein da äh na da ist die endcard ja ja da ordet ihr jetzt mal richtig mit informationen bombardiert voll in die fresse so viele informationen mit so viel unnützen kram naja nicht ganz unnütz ihr wisst jetzt was los war ihr wisst jetzt wie es weitergeht hoffe ich mal ich hoffe mal ihr habt bis zum ende angeguckt hoffe ich wirklich mal wenn ja denn schreibt in die kommentare hashtag the end also ja der enthalt es gibt ja noch weitere videos auf meinem kanal deswegen hier und dann steht eigentlich unten oder links steht last video da könnt ihr mal rauf klicken oder ich habe ich doch schon geändert und da steht bla 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 aber ich denke mal ich werde euch loben geht auch mal auf meine facebook seite da werde ich jetzt auch endlich mal aktiv werden kommentare auch nicht schlägt und dann sieht man sich im nächste video ja 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 Vielen Dank.